Das Problem unserer Welt, die Dummheit regiert. Sommerhaus, das Wiedersehen. Endlich Folge Nummer 12. Und ja, vielleicht habt ihr schon im Intro erkannt, die Folge wird extrem komisch sein. Denn es wird zum Großteil einfach nur durcheinander geschrien, gegenseitig angeschrien, ohne irgendeinen roten Faden geredet. Aber ja, schauen wir einfach mal rein und versuchen uns an den Personen zu orientieren. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 12 von Sommerhaus der Stars. Irgendwo in Deutschland, glaube ich. Wahrscheinlich in Köln, dort wo das TV-Studio ist. Auf jeden Fall gibt es heute das große Wiedersehen, die Reunion, die Aussprache, das letzte Mal aufeinander losgehen und anschreien und beleidigen und erniedrigen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Anschauen dieser Folge und los geht's. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sommerhaus der Stars 2023. Das große Wiedersehen. Ich freue mich sehr, dass unsere Paare hier sind. Und apropos Paare, da fällt direkt etwas auf und zwar die Gesichter. Sie sind glatt poliert, aufpoliert, sie sind glänzend. Die Fassaden wurden frisch gemacht. Sie schauen wieder genauso aus wie auf der Fake-Seite Instagram, dort wo all das auch so vorgespielt wird. Natürlich geht es auch heute Abend um den Streit zwischen Alex und Serkan und natürlich ganz besonders der Eklat um Valentina und Gigi. Und genau sieht auch Alex aus, denn er ist der Einzige, der nicht aufpoliert ist, sondern der noch kaputter aussieht als im Sommerhaus selbst. Und die beiden Pärchen, die Mobber und Schläger sind, sie sind in dieser Folge nicht anwesend, denn... Auf deren Anwesenheit verzichten wir heute Abend hier, aufgrund des Vorfalls. Ist glaube ich auch besser so, aber gut. Beim Sommerhaus, da gab's Gewinner, Loser und definitiv extrem tief gefallene Persönlichkeiten ohne Niveau. Tja, und von wem gibt's keinen Glückwunsch in der Gruppe? Natürlich von Toxic Baby Maurice, Toxic Aggressiv Alex, seiner unterdrückten Freundin und die unterdrückte Freundin von der Pinkhaar Princess. Sie hat auch nicht gejubelt. Wir wollen dieses Geld haben, wir wollen diese 50.000 Euro. Ihr habt sie mit nach Hause genommen. Sind sie noch da? Da habt ihr sie ausgegeben. Noch nicht überwiesen, ne? Was ist los, RTL hier? Was? Sie lachen zwar, aber trotzdem haben sie sich tatsächlich schon einen Urlaub gegönnt. Und das restliche Geld, das kann dann wahrscheinlich auch in Botox verflüssigt werden. Maurice, Stress bei dir und du hast Ricarda die Schuld gegeben, dass es nicht geklappt hat. Sag mal so, Ricarda hätte sich ein bisschen mehr angestrengt. In meinen Augen hat man... Das ist wirklich kristös. Wie bei jedem Spiel. Wie bei jedem Spiel. Und ich find's super lustig, wie ihn die ganze Gruppe auslacht, weil sie mal wieder merken, genauso wie in der Show auch, dass er sich immer wieder wiederholt und dabei auch nichts Gescheites aus seinem Mund kommt, sondern er immer noch die anderen beschuldigt und an sich selber überhaupt nicht gearbeitet hat. Ja, natürlich. Also, David, nur der Fuß. Nicht nur der Fuß hat geklemmt, Loppen. Ich will nur damit sagen. Ja, sorry. Nicht nur der Fuß hat geklemmt, auch die Geburt hat geklemmt. Da kam ein bisschen zu wenig Sauerstoff an und vielleicht sind Vollgeschäden dadurch entstanden. Es war beschämend für mich, dass ich das alles mit mir machen gelassen habe. Ach, du schäfer, mach dir die Schäfer. So, und ich bin... Genau, ich klatsche alle. Weiter, weiter. Ich liebe es, weiter. Ja, von mir auch ein Glückwunsch, dass sie sich endlich von ihm getrennt hat, aber wer auch mitgeklatscht hat, der selber auch so ein aggro-toxic-Typ ist, ist Alex. Also, er findet es gut, dass die beiden sich getrennt haben, aber er selber ist ja kein Stück besser. Egal bei welchem Spiel, ja, ich habe auch alles gegeben. Du hast einfach nicht 100% gegeben, das weißt du auch, Alter, weißt du auch für dich selbst. Sorry, dass du von vornherein... Wir halten fest, er ist immer noch derselbe eingeschränkte Pumpernickel, der nicht weiter sieht, als die Scheuklappen es zulassen. Und genauso ist auch der Schrank Alex. Du musst da wohl ihn machen. Alle Frauen sind für dich unerzogene kleine Gürgen. Nein, du. Ich, ah, und deine Ex-Freundin warst du auch? Ich dachte, mir doch ein Sack. Deine Tochter wird sich für euch schämen. Es gibt natürlich beim Wiedersehen wie immer einige Rückblicke und zwar meistens von den krankesten Pärchen in den krankesten Situationen, wo sie am meisten ausgerastet sind. Und im Studio, da führt sich das natürlich weiter, denn die Personen sind natürlich nicht plötzlich gesund geworden und sie greifen sich einfach nur an. Können wir auch mal drüber reden, dass die immer Toleranz reden, die beiden hier. Wenn Leute... Du hast behauptet, ich hätte so einen geschlagen, ich hätte Frauen in irgendwelche Shows geschlagen. Da kann man sowas in die Welt setzen. Ja, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt natürlich, das ganze Wiedersehen dauert eineinhalb Stunden. Und wenn man sich das ganze Wiedersehen anschaut, dann merkt man, wie viele Szenen eigentlich dieses Durcheinandergerede sind. Man kann natürlich vier Personen nicht zuhören, wenn sie sich gegenseitig anschreien und nicht ausreden lassen. Du hast so einmal ein Bild mal gepackt. Hier so, ich hab's ja im Nachhinein erst gesehen. Dann zeige doch die Bilder, bevor du redest. Mir wurden die Bilder zugeschickt, mein Lieber. Überhaupte Sachen, die nicht stimmen. Mir wurden die Bilder zugeschickt. Also, dieser Streit zwischen Alex und Erik. Erik hat angeblich Bilder, wie Alex Frauen wirkt und schlägt und sonst was ihnen zutut. Alex glaubt das natürlich nicht, aber ein Betroffener, der redet dann immer sehr viel, weil er vielleicht doch wirklich betroffen ist. Das ist kassisch. Ja, das ist es. Und er selbst auch. Mit dir redet keiner. Wenn ihr alle durcheinander redet, ist es ganz schwer zu verstehen. Nicht reden, nicht reden. Mit dir redet keiner. Du warst drei Tage drin. So, Vanessa, du hast das Wort. Nee, hat sie nicht. Ich hab grad das Wort. Alex macht natürlich mal wieder den hier. Er kann es verbal nicht schaffen, gegen Pinkhaar-Princess voranzukommen. Und deswegen muss er natürlich wieder seine Hände und seinen Körper verwenden. Sie hat die ganze Zeit gelogen im Internet. Kannst du bitte nicht schreien? Du hast mich berührt. Du hast mich berührt. Sie hat von den Frauen geredet. Du hast mich berührt. Als ich unterdrückend, respektlos und aggressiv. Ich find's spannend, dass die drei keine Beziehung führen. Das wär doch das perfekte Dreieck, weil sie sich gegenseitig nichts geben und jeweils fertig machen würden und keine anderen Personen belästigen würden. Vergebene Frauen begrapscht. Das übergriff sich. Hab ich dich begrapscht? Ihr habt eine Brüste gepackt, einen Intern gepackt, so schnell eine Brust gerüst. Sven ist vorbei, dass er küssen kann. Da kommt aber auch mal Alex Doppelmoral ans Tageslicht, welche er immer sonst bei anderen kritisiert. Denn er selber findet es nicht okay, dass Eric ihn beschuldigt, dass er Frauen wirkt. Aber er selber beschuldigt Pinkhaar-Princess gerade, dass sie andere Frauen begrapscht hat. Wieso tut er das, wenn er das selber nicht bei sich möchte? Ich würde gerne nochmal Vanessa das Wort geben. Dankeschön. Es ist sehr nett, dass ich mich jetzt hier nicht von jeder Seite anschreien lassen muss. Von jeder Seite, eigentlich auch von rechts von ihrem Typen, weil er sie im Format eigentlich komplett zerlegt hat. Aber das hat sie mittlerweile vergessen. Manipulation sei Dank. Wenn wer seine Antworten haben möchte, sollte mich auch aussprechen lassen. Ich sage zuerst... Er lässt sich selber nicht aussprechen. Sei mal bitte kurz einfach mal leise. Du redest immer. Du redest mir ein bisschen zu viel. Sag doch mal ruhig. Wirklich. Alex, kaputtes Auge, zwischen 30 und 40 Jahren alt, schätze ich mal. Redet selbst, dass eine andere Person leise sein soll, während er seiner Freundin ins Wort fällt und selbst nicht leise ist. Ja, merkste, oder? Aber ich finde es wirklich anmaßend, zu irgendeiner Beziehung irgendwas zu sagen. Denn ob wir Probleme untereinander haben, die Probleme untereinander haben, das hat jeder selber einfach für sich einzugestehen. Naja, würde ich jetzt nicht ganz zustimmen. Denn wie bei jeder Krankheit muss wahrscheinlich eine außenstehende Person das Ganze erkennen und die Diagnose erstellen. Und wenn man in dieser krankhaften Beziehung drin ist, wenn man ständig manipuliert wird vom Partner, dann hat man natürlich irgendwann dasselbe Denken wie der Partner und dann läuft diese toxische Beziehung weiter. Und eine Person, die leidet extrem daran. Weil ich nehme mir auch nicht das Recht heraus zu sagen, der und der ist, weiß ich nicht, in der Beziehung scheiße zu dem. Wenn es demjenigen doch gefällt, soll er es doch weitermachen. Mir gefällt Erniedrigung, Beleidigung und Handgreiflichkeiten. Ja, das ist die Logik von Vanessa 2023. Okay, ihr habt unheimlich viel diskutiert. Ihr habt gestritten. Es gab unheimlich viele Kraftausdrücke. Lappen, Alter. Lappen. So, komplett anderes Thema. Wahl und Alex, sie haben sich schon immer gehasst. Sie tun es jetzt immer noch. Aber einer der Kandidaten im Format, der hat seinen Hass in Liebe umgewandelt. Maurice, du hast aus meiner Sicht so ein bisschen die Seiten gewechselt. Zuerst hast du die Sprüche von Valentina auch total verteilt. Gar nicht. Das ist deine neue beste Freundin jetzt. Es geht natürlich mal wieder um den manipulierbarsten Jungen aus dem Format, nämlich Maurice. Damals hat er sie noch gehasst im Format. Und jetzt treffen sie sich zu einem Döner und machen dann zusammen Insta-Stories. Dann hab ich mal gedacht, Mensch, der ist ja mal ein Mann, ein Wort. Nee, nee, das verstehen ja alle falsch. Das musste ich, weil ich mag das nicht, wenn Frauen weinen. Naja, in Ausnahmefällen mag er das schon. Vor allem, wenn es seine Freundin betrifft. Denn die Freundin, die hat er ja im Format des Öfteren zum Weinen gebracht. Und das fand er völlig geil. Und dann auf einmal gehst du mit dir Döner essen. Ich hab gesehen gehabt. Du redest doch jetzt auch mit denen. Wer redet mit denen? Du hast doch eben gesagt, du würdest mit denen nicht mehr reden. Aber nein. Wenn man so viel Dummheit in ein TV-Studio packt. Das einzige logische Denken und Gehirnlein ist bei der Moderatorin drin. Die anderen sind einfach nur hohle Luftballons. Wisst ihr was? Wir haben jetzt schon so viel über diesen besagten Abend geredet. Und deswegen hier jetzt wieder ein kompletter Switch. Und zwar zu dem Abend, wo es handgreiflich wurde. Hier, Beweis. Was macht das nicht? Hey! Hey! Was packst du in Frauen? Das war sie. Die Handgreiflichkeit, wegen der vier Personen das Format verlassen mussten. Diese Handgreiflichkeit, sie wurde auf Instagram natürlich ganz groß aufgeblasen. Als wäre was richtig Schlimmes passiert. Aber dem war nicht so. Und trotzdem müssen sie sich im Format jetzt wieder gegenseitig bekriegen. Aber hat sie sich richtig verhalten? Mein Gott, das muss der doch sagen, Mann. Mein Gott, bitte nicht. Soll er jetzt in der Kamera sagen, boah, ich hätte dann nicht seine durchgezogen? Ja, Justin verliert mal wieder die Nerven, kann ich auch verstehen. Wie gesagt, die Hälfte der Folge ist dieses Kreuz- und Quergelabere und man kann einfach nichts raushören. Also in meinen Augen haben die alle hier ihr, also die auf JT-Size sind, haben alle ihr Gesicht verloren. Mein Gott, ich schwöre auf meine Mutter. Gigi bei Gott und schwören. Das sind immer noch die Lieblingsworte von Maurice. Das sind die einzigen Worte, die er kennt. Und die verwendet er auch in jedem zweiten Satz. Was? Sieht man mich nie wieder? Aber wenn ich... Und was auch noch auffällt, ist, dass der im Kindergarten steckengebliebene Hotel-Mama-Pupser in jedem Gespräch auch irgendwas findet, wo er seinen Sensor zugeben kann, weil er im Format damals nicht genug Sendezeit bekommen hat und jetzt nochmal versucht, alles rauszuholen. Letztendlich natürlich nicht cool, was da passiert ist, aber so wie das aufgebauscht worden ist mit Jochbeinbruch, Amnesie, Ohmacht, ist für mich das absolut lächerlichste. Mit der Aussage hat Justine recht, aber das kennen wir ja schon von Valentina, dass sie in anderen Formaten immer ganz groß geredet hat, nachdem das Format abgedreht wurde. Aber dann im Endeffekt war es natürlich noch heiße Luft und die Hälfte war erfunden. Und er, was macht er? Ja, der ist jetzt auf einmal mit Valentina befreundet, ja? Aber ey, da haben sich wirklich zwei Richtige gefunden. So, die beiden Schadensfälle, die passen einfach perfekt ineinander wie zwei Autos, die einen Auffahrunfall hatten. Okay, aber weißt du was? Ja, aber die Auffahrung miteinander schon geflirtet haben in der Diskothek. Die Runde ist einfach ein hoffnungsloser Fall, aber zwischendurch gibt's ein paar schöne Momente, beziehungsweise Momente, wo einfach ganz normal ruhig geredet werden kann. Jetzt haben wir gerade über Bodyshaming gesprochen, da ist Alex ja auch ein Spezialist für, andere zu beurteilen nach ihm aussehen, die alle so dünn und dürre sind, die Jungs, die vielleicht wirklich ein Problem damit haben. Alex kritisiert natürlich andere, weil er mit sich selber kein Stückchen zufrieden ist, aber vor allem Claudia hat sich mit diesem Format selber in ihr Alkoholikerbein geschossen, denn andere ständig zu beleidigen und zu bodyshamen ist einfach nicht in Ordnung. Ich weiß, sie kennen ihre Sprüche und ich meine, sie haut das raus und sie haut das impulsiv raus, da wo sie steht und wer halt im Weg steht, der kriegt was ab. Es ist halt so und ich meine... Und ich meine, es ist halt so, auch wenn's jetzt noch gelernt wird, wird's eh nicht mehr lange halten. Und das nächste Thema, das dann wieder geswitcht wird und angesprochen wird, ist die Erniedrigung der Partner. Hä, was redest du, Mann? Was sei Kokowien? Ja, aber lass mich doch überlegen, Mann! Aber nicht nur bei Wal und ihrem Hündchen. Mann! Ja, 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 ja. Scheiße, Mann! Ziko natürlich auch und Trompete-Opa ebenso. Meine Güte, kann doch nicht wahr sein! Es geht um Fahrrad, ich weiß. Und am schlimmsten waren natürlich die zwei Proteinflaschen Alex und Maurice. Wo denn los bis jetzt? Lauf zu weinen, lauf zu weinen. Jedes Mal, Alter! Bist du dumm oder so? Alter, nicht weinen! Ich will das, was ich spiele, wer spielt! Wie diese beiden Männlein und die Pinkhaar-Prinzess im privaten Leben so agieren, das werden wir leider nie erfahren. Dort sind halt keine Kameras angebracht, dort kann alles passieren, ohne dass es jemand mitbekommt. Guck, guck die anderen Idioten alle an. Also ich meine, die schreien ihre Frauen untereinander an. Ich meine, seid ihr bekloppt? Ich meine, das ist ein Teamspiel, da muss man zusammenhalten. Das war tatsächlich die erste halbwegs gescheite Aussage in der Folge. Aber es gibt auch Pärchen, die an sich gearbeitet haben, beziehungsweise zumindest drüber nachdenken, was sie tun. Ich fluche wirklich sehr gerne und das befreit auch in dem Moment. Ich weiß auch, dass das nicht unbedingt immer so korrekt ist. Ne, ich fluche generell gerne, beim Autofahren auch und zu. Ich mag das einfach. Sie hat zumindest ein bisschen selbstreflektiert. Sie weiß, was sie in Zukunft besser machen kann. Aber wer schon in anderen Formaten aggressiv und toxisch aufgefallen ist und sich in den neuen Formaten nicht gebessert hat, ja, ich glaube, wir wissen alle, um wen es geht. Bei Alex und Vanessa war es auch so, ihr habt euch, also mehrfach während eines Spiels, habe ich das so, ne, ihr habt es auch ausgesprochen, wir trennen uns. Also, äh... Da lacht sie ein bisschen, denn sie weiß, mit genug Manipulation geht es hinter verschlossenen Türen genauso weiter und traurig. Schaffen wir es nicht. Fällt euch was auf? In der Szene war sie noch gleich groß wie er und in den Szenen später, eine Woche danach... Es geht seit Tagen nur um diese Valentina-Geschichte. Jedes Gespräch auch draußen ist dann nur die Valentina... Hör mal zu, ich will dich schützen. Boah, glaubst du, man sieht das gerade in der Kamera? Ich will dich schützen. Heftig. Für mich war es knifend. Ich hab dich angestopst. Die ist immer weg, Alter. Verbal durch die Beleidigungen und die lautstarken Ausraster hat er sie natürlich zerstört. Und auch handgreiflich ist er geworden. Genau wie in vorherigen Formaten mit seiner Ex-Freundin auch schon. Aber dieses ganze Konstrukt ist irgendwie doch noch zusammen. Es wird geklebt mit viel Kleber. Ja, wir nennen es Beziehung, weil ihr sitzt zusammen hier. Ich hab aber auch für euch ein paar... Ähm, ob so eine glückliche Beziehung aussieht, ich bezweifle es, aber okay. Reaktionen aus dem Netz. Toll. Mädchen sucht das Weite. Schießt den in den Wind und sucht dir einen, der besser zu dir passt. Die Arme tut mir echt leid. Dieser Mann hat wirklich ein ernsthaftes Problem. Ja, also kann man bei den beiden zusammenfassen, dass alle Personen, die um sie herumstehen, es sehen, wie kaputt diese Beziehung ist, wie kaputt die einzelnen Parteien sind. Aber sie nehmen sich ja selber gegenseitig nichts, weil sie sich gegenseitig zerstören und sie sind einfach gefangen in dieser Beziehung. Ja, klar, natürlich unangenehm. Es zeigt uns aber auch wirklich in dem Tiefpunkt der Beziehung. Wir sind da nicht als gutes Team reingegangen, so wie wir es vorgegaukelt haben am Anfang. Es ist ein Fakt. Und wenn sie schon vor dem Sommerhaus, wo alles noch halbwegs in Ordnung war, vieles vorgegaukelt haben, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel jetzt auf Instagram noch vorgegaukelt wird, nachdem das Sommerhaus-Drama durch ist. Also ich war wirklich gerade auch an dem Tiefpunkt, wo ich mir auch sicher war, okay, wenn das hier so weiterläuft, dann möchte ich auch nicht mehr in dieser Beziehung bleiben. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, es wurde immer schlimmer mit ihm und mit ihr. Diese Probleme hat man ja auch gesehen. Das waren Probleme, die schon tiefsitzender waren. Das waren Sachen, die sind öfter, sage ich mal, in so einem Muster wieder hochgekommen, von uns beiden aber auch. Tag 5, Tag 6, Tag 7, Tag 8, er war schon in vorherigen Shows mit seiner Ex-Freundin damals. Ein durchgedrehter, aggressiver Schrank. Und Alex, hast du das in dem Moment gar nicht gemerkt? Verletzt hast, die weinend vor dir steht, wirklich Schmerz empfindet. Das muss man doch als Mann, als Partner auch merken. Eigentlich, ja, eigentlich ist das richtige Stichwort, denn Maurice und die Pinkhaar-Prinzess, sie haben ja jeweils auch ihre Partnerinnen psychisch schon ziemlich an die Wand genagelt und wenn du selber der Schmerzverursacher bist, dann merkst du anscheinend nicht, wen du so verletzt. Ich sage nicht, dass ich perfekt war, ich sage, dass ich Fehler gemacht habe. Also zwischen perfekt und diesen Szenen sind alles auch noch ein bisschen mehr für zwischen. Ich sage ja, dass ich Fehler gemacht habe. Genau, da hat Frauke auf jeden Fall recht zwischen Fehlermachen und das, was er getan hat, ist, ist, da sind Universen dazwischen, aber er zieht es natürlich ins Harmlose. Ich habe mein Verhalten reflektiert, das hat sie genauso gemacht. Das hat er nach dem Patient Island doch auch getan, aber siehe, Sommerhaus, es hat nichts gebracht. Du bist ja permanent in Shows und rastest dort aus und schreist Frauen an. Ich schlage aber keine Frauen, das hast du behauptet. Du hast eine Frau gepackt am Nacken. Was man auf jeden Fall sagen kann, er packt Frauen. Ja, das ist ja damals schon bei der Couple Challenge mit seiner jetzt Ex-Freundin Christina passiert. Und jetzt auch hier hat er seine jetzt Freundin am Rücken gepackt. Und auch wenn es jetzt kein Schlag ist, ist es trotzdem eine Handgreiflichkeit und er will sich so über sie stellen. Ich sollte eine stationäre Behandlung. Jetzt fängst du schon wieder an. Jetzt fängt er wieder da zu an. Echt krass. Frauke, darf ich? Nee, darf sie nicht. Das ist das Coole dran. Ich kann einfach abschneiden und sie weiterreden lassen, wenn ich das möchte. Und jetzt geht's weiter. Ich möchte jetzt gerade was dazu sagen, weil es ist meine Beziehung und ich glaube, ich darf über meinen Zustand in meiner Beziehung wohl am besten entscheiden, wie ich mich fühle. Und ich bin keine dumme Frau, die sich von irgendeinem Typen unterbuttern lassen lässt. Ja, das denkt sie, aber das ist sie doch. Ach du meine Güte, wie traurig ist diese Geschichte. Ich bin natürlich kein Arzt, ich kann hier keine Diagnose stellen, aber ich kann mir vorstellen, dass Personen, die in solchen krankhaften Beziehungen drin sind und das so lange eingetrichtert bekommen, irgendwann so denken wie der Partner, der das Ganze eintrichtert und dann diese ganze toxische Beziehung eben so aufrechterhalten bleibt. Weil ich darf mir oft genug auch anhören, dass ich die Schlimme bin in der Beziehung. Es stimmt vielleicht, dass Alex wirklich an manchen Punkten viel zu impulsiv ist oder Sachen hat, die er regulieren muss. Ja, wow, ich bin überrascht. Das waren jetzt auch zwei Aussagen, die gar nicht so falsch waren. Also da kam ein kleiner Gedankenblitz in deren Kopf. Aber er ist bereit zu lernen und daraus besser zu werden. Und das sollte man endlich mal anerkennen und sehen. Ja, nee, ich bin mir sicher, da wurde absolut nichts reflektiert und da brennt jetzt auch kein Lichtlein im Oberstübchen. Und ich hoffe sehr, sie kommen wieder zum Tepation Island und zeigen dort wieder mal ihre wahren Gesichter. Ich definiere eine Beziehung, dass man hinter dem Partner steht, dass man den Partner nicht annügt. Und das war leider nicht gegeben in dem Fall. Und ja, dann konnte sie mir das dann nicht geben in dem Fall. Dass er das schwört, das hat er im letzten Moment leider nicht gesagt. Und jetzt hat man es auch schon ein bisschen im Hintergrund gesehen. Denn zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Lichtblick, denn bald erblickt etwas das Licht der Welt. Hoffentlich, wenn alles klappt. Wir erwarten Nachwuchs. Dieser Schüttler, der hat mich etwas beunruhigt. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass das Kind gesund zur Welt kommt, nachdem es hier diesen ganzen Stress durchleben musste und vielleicht auch schon im Sommerhaus im Bauch war. Und es ist glaube ich auch richtig, ihr habt auch geheiratet. Genau, das haben wir auch noch dazu. Und ich darf noch was verraten, ihr habt glaube ich sogar die Outfits an von eurer Hochzeit. Ist das richtig? Ja, richtig. Aber nicht nur die zwei sind schwanger, auch Zika und seine Freundin erwarten etwas, aber das wurde nur ganz kurz angerissen. Herzlichen Glückwunsch an euch und das war das Sommerhaus 2023. Und zum Schluss kann man sagen, nehmt euch kein Beispiel an diesen Menschen, wenn man sie so nennen kann. Und natürlich hoffe ich, dass sich die meisten dort professionelle Hilfe holen, damit sie irgendwann ein normales Leben führen können. Aber ja, das war's das mit dem Sommerhaus. Die zwölf Folgen sind vorbei. Aber natürlich geht's weiter mit diversen anderen Formaten, wie zum Beispiel Bachelor in Paradise. Das werde ich euch direkt da oben verlinken. Hier unten gibt's dann bald die neue Staffel von Are You The One? Aber gleichzeitig läuft auch noch das Format Temptation Island VIP. Hier oben könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr in den anderen Formaten vorbeischaut. Bis dahin. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Alles Liebe und ciao, ciao. Boah, endlich ist diese kranke Soße vorbei. Boah, endlich ist das. 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 Boah, endlich ist das.